Game Keys Game Cards Gold und Credits MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Backshadow Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Upload 3 Diesmal sind wir mit den Menschen unterwegs Wir müssen ein paar Portalschlüsse fahren Das mache ich jetzt einmal mit denen Um mit den großen später weitere Rüstungen für den Menschen zu fahren Ich habe jetzt Wendem Klamotten an Die theoretisch nicht für den Charakter geeignet sind Aber es funktioniert Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß Ich zeige euch natürlich auch Das war's für heute. Ich bin noch nicht wieder bereit. Ich bin noch nicht 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 bereit. Ich bin noch bereit. Ich bin noch nicht bereit.